Löbau, Ebersbach-Neugersdorf, Ärger um Garagenkolonien. In der sächsischen Stadt Ebersbach-Neugersdorf, unweit von Löbau, entzündet sich derzeit ein hitziger Streit rund um die zahlreichen Garagenkolonien in der Region. Die Diskussionen betreffen sowohl staatliche Behörden, Garagenbesitzer als auch Anwohner und Umweltschützer. Was einst als praktisch und notwendig angesehen wurde, steht nun im Zentrum einer Auseinandersetzung, die mehrere Facetten hat. Historischer Hintergrund und aktuelle Problematik. Die Garagenkolonien in Ebersbach-Neugersdorf haben ihre Wurzeln in der DDR Zeit. Ursprünglich für die Unterbringung von Fahrzeugen der wachsenden urbanen Bevölkerung gedacht, sind viele dieser Garagen heute veraltet und mangelhaft instand gehalten. Die Stadtverwaltung sieht sich aufgrund der Verschlechterung der Bausubstanz nun gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Laut Aussagen der Stadtverwaltung, die durch lokale Zeitungen wie die Sächsische Zeitung, SZ, gestützt werden, sind viele Garagen in einem baulich schlechten Zustand und stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Nicht nur die Substanz der Garagen, sondern auch fragwürdige Genehmigungen aus vergangenen Jahren führen dazu, dass eine Neubewertung und GGFs der Abriss einiger dieser Bauten notwendig erscheint. Die Sichtweise der Garagenbesitzer. Garagenbesitzer sehen dies natürlich aus einer anderen Perspektive. Viele von ihnen haben ihre Garagen über Jahrzehnte gehegt und gepflegt und sehen darin eine wichtige privatrechtliche Institution. Der Gedanke, dass ihre Garagen abgerissen oder modifiziert werden müssen, löst großen Unmut aus. In einem Interview mit dem Freie Presse FP äußert sich ein Garagenbesitzer. Diese Garagen sind nicht nur Abstellplätze. Sie sind Teil unseres Lebens und unserer Geschichte. Viele von uns haben beträchtliche Summen investiert, um sie in Schuss zu halten. Die Stadt sollte das respektieren. Anwohner und Umweltschützer kommen zu Wort. Parallel dazu kommen auch Anwohner und Umweltschützer ins Spiel. Ein großer Teil der Kolonien nimmt wertvolle städtische Flächen in Anspruch, die oft brach liegen und nicht optimal genutzt werden. Wir könnten diese Flächen weitaus besser verwenden, etwa für Parks oder Grünflächen, die der Allgemeinheit zugutekommen. So ein Sprecher der Initiative Grünes Ebersbach, die sich für die Renaturierung von städtischen Brachflächen einsetzt. Es besteht zudem die Sorge, dass viele der alten Garagen Schadstoffe wie Asbest oder Schwermetalle enthalten könnten, die bei einem Abriss freigesetzt werden könnten. Wir müssen sicherstellen, dass jegliche Maßnahmen im Einklang mit den Umweltschutzstandards erfolgen, fordert ein weiterer Umweltschützer in einem Bericht der Dresdner Neueste Nachrichten, DNN. Stadtverwaltung in der Kritik. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf steht unter erheblichem Druck, sowohl von den Garagenbesitzern als auch von den Aktivisten. Der Bürgermeister, der sich in einem öffentlichen Statement zu Wort meldete, betonte, dass die Sicherheit und der rechtliche Kontext Vorrang haben. Unser Ziel ist es nicht, jemanden zu schikanieren, sondern sicherzustellen, dass die städtische Infrastruktur sicher und zukunftsfähig ist, so seine Worte. Gegenwärtig prüft die Verwaltung alle Optionen und plant, Betroffene und Experten an einen Tisch zu bringen, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Unterstützung erhält die Stadt dabei vom Freistaat Sachsen, der Fördermittel in Aussicht gestellt hat, um einen Teil der Kosten für notwendige Sanierungsmaßnahmen abzudecken. Fazit Der Streit um die Garagenkolonien in Ebersbach-Neugersdorf verdeutlicht die Herausforderung, den alte urbane Strukturen in einer sich wandelnden Gesellschaft gegenüberstehen. Ob eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass diese Diskussion viele Emotionen und Interessen vereint, die schwer in Einklang zu bringen sein werden. Der Ausgang dieses Streitfalls wird mit Spannung erwartet und könnte auch als Präzedenzfall für ähnliche Problematiken in anderen Teilen Deutschlands dienen. Alle Parteien sind sich jedoch einig, dass eine Lösung nur durch konstruktiven Dialog und Kompromiss erreicht werden kann. Anita Farke, Dienstag 4. Juni 24.